Wir sind Lyle und Eric Menendez. Im Jahr 1989 haben wir eine schreckliche Tat begangen, die die Welt schockierte. In unserem Zuhause in Beverly Hills haben wir unsere Eltern ermordet. Es war eine grausame Tat, die wir gemeinsam geplant haben. Unser Motiv waren egoistisch und skrupellos. Wir wollten das Erbe unserer Eltern erhalten, das mehrere Millionen Dollar wert war. Um unsere Pläne in die Tat umzusetzen, erschossen wir unseren Vater Jose und unsere Mutter Kitty kaltblütig. Wir versuchten den Mord zu vertuschen und täuschten einen gewaltsamen Überfall vor. Wir gaben an, dass unser Vater in kriminelle Aktivitäten verstrickt war und wir aus Angst gehandelt hätten. Doch im Laufe der Ermittlungen kamen die wahren Beweggründe ans Licht. Für einen ganzen Podcast über uns, schau in unsere Bio.